hallo liebe rotköppe und willkommen zu lego star wars nummer 59 also ganz klar klare aufholjagd immer noch mit lego ninjago bei star wars aber es ist halt auch star wars so sieht das ganze aus wir haben die pretorianer wache die ja auch als extra bei ist kylo ren mehr star wars kram das heft ist rätsel komisch spiele und wir haben zwei poster wir haben den r2 mit den flugdüsen die er aus irgendeinem grund später den film nicht mehr hatte also in den alten film und die aber später spielen ihr wisst was ich meine und der aufstieg skywalkers mit palpatine und das ist glaube ich das poster das ich auch in vollgröße habe jawohl palpatine und ray und kylo genau ich war nicht sicher wenn die beiden figuren unten sind nicht einer davon ist ein skywalker ich meine ja okay wenigstens ist keldes mutter noch die schwester von luke immerhin aber ja das ist unser heft und es hat noch eine karte dabei nämlich palpatine imperator palpatine natürlich schief palpatine mit einem sehr grübeligen gesichtsausdruck und der sieht ein bisschen aus ganz ehrlich er sieht aus wie eine kröte die schnupfen hat das ist eine ganz komische farbe okay kann man machen muss man nicht kann man aber auch eine komische farbe die pretorianer wache die liegt dabei weil bei lego kanadie feuerwehr sets kauft und deswegen ganz viel rotes plastik übrig ist logisch so soll sie aussehen er so als so das ist ein bisschen groß ist ab sechs achtung erwürgt eure kinder wir erkennen den kram unsere größen vergleich ist ein roter lichtschwertgriff und das war definitiv keine richtige grammatik aber schneiden wir die wiederverschließbare verpackung denn es ist schließlich ein disney produkt einfach mal auf also es ist eine wiederverschließbare packung was ein disney produkt ist und nicht ihr wisst ja ich sage heute sehr oft ihr wisst was ich meine das ist nicht gut so wenn das jetzt auch noch da raus kommt und da ist noch was drin das hält sich halt alles in die tüten fest das möchte gar nicht zu mir kommen das zeug dann haben wir unsere wache und ich fange mal einfach hier mit dem körper und den beinen an es erinnert etwas an eine sturmtruppe aber es ist auch sehr sehr anders sehr stark gepanzert hier der torso im aufdruck ihr seht die ganz kleine brustplatte mit den armen und den hals aussperrungen das ganze setzt sich an den beinen fort und auf dem rücken haben wir auch noch mal die starken schwarzen linien für seine art panzerung und alles sehr sehr rot er hat diese sehr schön schulter schütze auch beidseitig die glaube ich neu sind hierfür kann sein dass die bei nächsten als schon mal vorkamen rot sind sie definitiv neu und sehen sehr nett aus er hat kein gesicht das ist einfach nur hoppala einfach nur ein roter kopf kein gesicht keine bedruckung dafür hat er ja ein helm auf und wir dürfen ja nicht wissen was an dem helm ist dann wären die pretorianer ja nicht mehr so mysteriös und geheimnisvoll wie sie sein sollen und der helm sehr schön detailliert mit den riffeln hier leider keinerlei bedruckung hier hinten auch noch mal detailliert geformt die form ist schön die farbe ist halt sehr sehr rot und wie gesagt ein lichtschwertgriff in rot seltene farbe für ein lichtschwertgriff schöne sache darauf kommt was auch immer das hier ist eine harpune ich finde es sieht aus wie ein harpune wir haben hier also eine pretorianische wache auf wahljagd okay finde ich ein bisschen schade dass da nicht die waffe ist die die auch standardmäßig im film tragen sprich diese lanze die so ein bisschen aussieht wie eine saufeder sondern halt ja das hier nahkampf harpune was um himmels Willen ist stellt das da ich weiß es nicht aber hey die lanze kann man sich relativ einfach aus relativ häufigen teilen bauen das einzige was dann fehlt ist ein roter lichtschwertgriff und hey guckt mal was hier bei ist ein roter lichtschwertgriff passt also gut und als figur sieht pretorianische wache halt wirklich unspektakulär sie ist sehr sehr rot ein zwei davon kann man immer brauchen wenn man einen imperator oder snokes halt irgendwo darstellen will ich glaube es gibt gar keinen snokes von lego macht nichts dafür gibt es einen imperator dann kriegt der halt die pretorianer oder kylo aber ja gesuchte figur ich finde sie aber irgendwie unspektakulär aber okay ist doch mal dennoch ganz nett dass jetzt offenbar öfter mal eine figur im lego star wars magazin steckt gucken ob das in zukunft bleibt nächsten monat jedenfalls nicht nächsten monat kommt ein kleiner a-wing der sieht sehr süß aus am 23. mai so sieht das heft aus und ansonsten ist das nächste lego heft das rauskommen soll am 28. april lego jurassic world bis da an einem moment da wir gerade bei star wars sind ja das town town befindet sich noch in der weiterentwicklung ich habe es auch schon ein bisschen weiter gemacht habe aber noch nicht ganz alle teile das kommt dann auch in absehbarer zeit wobei lego zurzeit gerade leider sehr lange lieferzeiten ankündigt für teile muss ich mal schauen wenn ich die teile habe dann kommt es und dann werde ich auch nicht nur mal eben das ding zeigen sondern auch genauer zeigen wie ich es dann zusammengebaut habe wenn ich denn mal zufrieden bin damit nun aber bis dahin und dahin